da haben wir noch jetzt alle jetzt müssen wir nur schauen wie mache ich denn das hier mit dem alter bogen muss ich den da jetzt einfach austauschen ok muss ich die frage ist die pfeile ist es dann nimmt man die aus dem okay dass ich aus dem inventar alle die große ist der bogen ok 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 immer mal ganz kurz ein bisschen schauen mal wie das wie das hier funktioniert was hat mir jetzt verloren an okay wir können 150 150 pfeile bevor der bogen kaputt ist 150 pfeile kann man mitnehmen dann können wir ja eigentlich wieder zurückgehen also schneller ist es müsste funktionieren da können wir die einzelnen palfiecher wieder mitnehmen ich will die ganze pokémon eigentlich sagen aber es ist halt nicht richtig und deswegen mich ein bisschen an das wort prall zu gewöhnen man muss nicht immer ganz funktioniert glaube ich pass auf ich nehme an die haben die unterschiede handwerksmeister großkotz ok pass auf ich hau den hier erstmal weg und nehme einfach den hier mit dann haben wir nämlich einfach eine fünfer crew fünf unterschiedliche und da ist doch schon mal ganz gut so mal ich fütter mal ganz fix einfach mal alle füttern weil haben wir einfach mal alle ne und dann ich würde ich würde ich würde ich würde ich würde mal probieren lassen sie mal schauen da chili 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 keine daten leider also leider auch nicht ok cool man sieht wo die sind wo die spawnen das ist ja geil keine schwäche oder sowas ich will gerne meinen ich will gerne meinen mein tor hier einnehmen die da hinten diese wie heißen sie Die sehen auch sehr, sehr cool aus. Ne gut, wenn wir sterben, ist es glaube ich nicht allzu tragisch. Emotes, Befehl zum Angriff. Okay. Okay, Wenzel, Wenzel down gehen, nicht allzu tragisch. Bloß wenn ich down gehe, ist es tragisch. Wo ist er dahin, ist er schon? Du bist es viel. Okay, machen aber nicht wirklich viel Damage. Ah, haben wir gerade einen kleinen Bark. Wir haben leider nicht genutige Pfeile, ne? Ob ich diesen Schillert, Schillert ab, die irgendwie einsammeln kann. Mir glaube ich, das funktioniert. Oh shit, oh shit. Oh nee. Nein! Aber ein Versuch war es wert gewesen. Das wird glaube ich nichts. Dafür sind wir einfach noch zu schwach. Leider. Die Frage ist jetzt auch, wenn er da immer noch, also der ist wahrscheinlich da irgendwo von mir greift. Schreibt uns dann Instant an oder hat er noch Full Life oder können wir ihn jedes Mal schwächen und wir sterben einfach nur? Ich habe so viele Fragen. Die Frage ist, der ist auf jeden Fall so Richtung, auf jeden Fall Eis, Eis, Wasser. Eis, Wasser. Was hilft gegen Eis, Wasser? Da bräuchte ich jetzt echt so ein bisschen die, ähm, die Pokemon. Information. Ah, okay. Er ist noch geschwächt. Okay, Problem ist, ich habe keine Waffe mehr. Okay, wir sind da um. Glaub ich. Hm, 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 hm. Aber es funktioniert so, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, so funktioniert es ganz gut. Also es ist quasi, es ist eigentlich eine gute Taktik, aber irgendwie, hm, hm. Ähm, naja, gut. Ne, ob Sterben wirklich eine gute Taktik ist, I don't know. Das ist vielleicht auch nicht, äh, das, das Geilste. Ich, äh, Moment. Ich sammel jetzt also die Sachen ein. Aber schön ist, dass er uns nicht wieder instant angreift. Also, nicht, ne, ihr wisst schon. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay, da haben wir noch einen Knüppel. Warte mal. Ja, ich habe noch ein bisschen hier. Wo ist er denn hin? Äh, wer hat der Herr? Das ist mein, mein Nager. Hallo? Können Sie bitte von meinem, von meinem Ding weggehen? W-Wat? 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 Wir werden es noch schaffen. Ich sag's euch. Wir werden es schaffen. Aber hoch? Hm, hm. Ja. Funktioniert auch ganz gut soweit. Hm, hm, ah, guck mal, er wird gleich auch, er wird gleich aggro. Oh, oh, oh. Das wollte ich nicht. Ich will... Nein. Ich töte noch die falschen Tasten. Das ist auch der Grund, warum wir sterben. Das sind die falschen Tasten. Ich will den beziehen. Ich will da bauen. Das geht nicht. Verstehst du? Das geht nicht, wenn er da ist. Wo liegen meine Sachen? Ach da. Aber vielleicht sollten wir mal mehr Pfeile machen. Weil die Pfeile waren schon... Das war schon ganz praktisch gewesen. Die haben schon ordentlich, echt ordentlich reingebuttert. Uh. Neataving. Ah, Stufe 10 leider. Aber der sieht ja cool aus. Alter, der macht so viel Damage. Wir werden den einsammeln. Wo wir den einsammeln könnten. Das Gefühl, dass Lambe nicht so viel Damage macht. Weiß wir nicht, woher. Und der macht nicht so viel Damage. Was meinst du denn? Wir können... Das habe ich gar nicht so richtig genutzt. Man kann ja auch ausweichen. Man könnte hier einfach auch nur ausweichen. Stimmt. Ich sage euch, jetzt holen wir uns den. Ich will den schon haben. Also wenn wir den als Pal fangen würden. Oder könnten er... Entschuldigung, Moment. Das wäre natürlich extrem, extrem geil. Aber ich glaube... Ich weiß es nicht. Es wäre schon sehr, sehr geil. Es wäre wirklich sehr, 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 sehr geil. Aber das ist ja... Ist ja eine Art Boss hier. Und... Ich weiß noch nicht... Ob das... Ob wir Bosse einsammeln können. Das ist das, was ich sagen wollte. Huch. Ah, fuck. Shit, ich konnte nicht ausweichen. 152. Wenn wir das die ganze Zeit machen, dann wären wir auch nicht gestorben. Ich kann mir... Ich kann mal nicht ausweichen. Oh, close. Nein! Während ich einsammeln wollte... Fuck. Oh. Scheiße. Aber ich will ihn wirklich auch nicht töten. Ich will ihn wirklich nicht töten, sondern ich will ihn einsammeln. Wenn das halt funktioniert, das wäre schon sehr, sehr sick. Aber da bin ich mir echt unsicher. Ach, fuck. Ich habe eine Pulp-Serie geworfen. Ich habe allerdings auch nur noch zwei Stück, ne? Das wäre vielleicht... Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Anna, willkommen zurück. Ich habe irgendwo nicht gelernt. Wir haben wohl 20 Uhr. Wir haben wohl 20 Uhr. Du hast Krong jetzt vielleicht geschaut? Puh! 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 Dann hat sie nicht mal ins Stream geschaut, statt zu lernen. Puh! 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 Wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz. Wo ich den Baum... Na, den Baum will ich nicht. Den Baum will ich nicht abholzeln. Der ist jetzt so... Der sieht so schön aus. Warte mal. Ich nehme mich mit. So, brauchen wir zumindest schon mal eine weniger herzustellen So, gib mir Holz Ich weiß gar nicht, wie viel Holz hab ich jetzt nachschauen sollen, ne? Wie viel Holz wir brauchen Für die Psehren, aber Und es wird schon wieder dunkel Das gibt's doch nicht Doch, bei Roller Ich kann nur Warum kann ich nur zwei herstellen? Achso, toll, jetzt fehlt ein Stein Jetzt fehlt ein Stein, ernsthaft? Warte, sag mal, wie viel? Fünf Stück, glaub ich, ne? Fünf? Hab ich fünf? Sechs Stück haben wir Aber wir haben denn schon so gut Damage hinzugefügt, dass Ich probier's Ich probier's Ich probier's Ich probier's Ich hab das Dokument zum Lernen aufgemacht Und mir dann irgendwie abgedriftet Komm dann wieder Das stimmt doch eh nicht an Das ist doch gelogen Das ist doch gelogen Nein, der hat wieder Full Life bekommen Warum? Die ganze Arbeit für den Arsch Ach mann Warum? Warum hat denn der plötzlich Full Life gehabt? Weil wir zu lang bei dem entfernt waren Nackt daran Ah, ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich geh nochmal kurz hier runter Können wir uns mal ganz gut schlafen legen Und dann, ähm Naja gut, können wir Pfeile herstellen Dann müssen wir uns aber so nochmal So nochmal ausprobieren War eine andere Möglichkeit Am er eh gerade aktuell nicht Das irgendwie zu meistern Wenn du mich an Liebkern Nein Niemals Aber Aber Wer hat mir vorhin gesagt Sie geht lernen Und hat's nicht gemacht Ne? 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 Ne, du musst echt lernen Anna Also aber wirklich mal Wie ist das Spiel bisher? Bislang Äh, super Also ich muss sagen Mir macht's echt Spaß Das ist echt Also ich kann's zu 100% nachvollziehen Warum Kronk Ähm Ähm Warum Erik In so eine Sucht reinfällt Oder gefallen ist Ich kann's nachvollziehen Also dafür Dass es wirklich halt Eigentlich Naja Nicht Indie Game ist Sonst Ne? Aber eigentlich schon Aber dafür Dass es eigentlich noch so Wirklich am Anfang ist Es ist ja wirklich Wär so 0.1.1.1.0 Die erste Vision Überhaupt Es ist schon echt gut Es ist wirklich gut Es ist wirklich sehr Pokémon Und Ark Und Rust Und Zelda Und Minecraft-lastig Aber es ist unfassbar gut Es ist wirklich gut Also ich glaube tatsächlich Dass dir das Spiel Auch Spaß machen würde Ähm Da bin ich mir fast sicher Ähm Ähm Pongstein Warte mal Ich muss mal Ganz kurz Stein Das ist hoffentlich Stein Ja Es ist echt Also wirklich Um Welten Um Welten besser Wie ähm Wie davor Aua Oh, Nerven geklemmt Ähm Um Welten besser Als erwartet Das ist schon Macht bisher echt Laune Das muss ich schon sagen Okay Ich glaube wir haben Genug Steine Ich weiß gar nicht Wie viele Pfeile Stell ich denn her Doch ich brauche mehr Wie viel haben wir vorhin gebracht Ich glaube 30 Ich frage es wegen Im Inventar Ne Wie viele Ne Ich glaube jetzt erstmal Ein bisschen Stein Ein bisschen Holz Und dann Gucken wir einfach mal Wo machst du mir nur Follower Modus Deaktiviert Anna Power Kitty Girl Was ist denn da los Gehst du jetzt mal bitte lernen Ich probier noch um Okay Na dann probier Tobi dich aus Tobi dich aus Gar keiner Vielleicht hast du dich irgendwie Verdrückt oder so Tobi dich aus Achso Tu dich aus Oh ne Komm mal Wir sind gleich überladen Wir sind gleich überladen Ich geh schon Papi Also Papi Find ich jetzt nicht so Ne Hm Ähm Halt Max 50 Kriegen wir jetzt 50 hin Och Gott Das wird jetzt aber lang dauern Also die englische Form Gefällt mir besser Oh ja Umwelt besser Umwelten besser Dankeschön Ich finde das Wort Ja Ich finde gerade keine Zeit Nein Überhaupt gar nicht Okay Oh Ich muss unbedingt Ich brauche unbedingt jemanden Der für mich hier Die Handwerksarbeit Übernimmt Das ist ja wirklich Okay Ich bin Und Ich bin Ich bin ker und Ich bin Ich bin вход Ich bin Ja, ähm, lalalalalala, haben wir irgendwas in den Nachrichten? Ist da irgendwas? Filmen wir vielleicht irgendwas in meinem Update raus? Update. Ähm. Okay. Ähm. Vor fünf Stunden. Schau mal, vielleicht haben wir da irgendwas? Vielleicht haben wir da irgendwas? Ja, 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 ja. Ja. Ähm. Ähm. Ähm, 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 ähm. Einen kleinen Update hat das Entwickler jetzt eine aktuelle Roadmap enthüllt, der einen Ausblick auf die nächste Entwicklungsschritte gibt und vor allem auch darauf, welche konkreten Features ist das Teamversuch bei dem Spiel zu implementieren. Aber können wir mal wieder... Okay, das dauert noch, wir sind gerade erst mal bei einem Drittel. Die Roadmap ist nämlich besonders lang und gibt auch keine Hinweise darauf, wann das alles erscheint. Okay. Ähm, möglich ist eben einen kleinen Ausblick. Aha. Bugfixes. Okay. Okay. Außerdem werkt das Team an wichtigen Optimierungen, die das Spielerlebnis verbessern sollen. Dazu gehören laut Entwicklern die Tastenkonfiguration. Gut, das ist ja eben PC. Das ist für mich uninteressant. Okay, KI-Verbesserungen, geplante Features, PvP, Raid-Bosse, Endgame-Content, PvP, okay. Crossplay, genau. Verschiedene Xbox-Features-Verbesserungen, okay. NANANANANANANANANANAN OCLno Fatigue, ». ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020